Hi Leute, wir haben jetzt Atlantis erreicht, Grund zur Freude und wir werden jetzt erstmal den anderen Stern einsammeln. Die Münzen kümmern wir uns gleich drum und das heißt wir machen mit Metal Mario in die Tiefe und irgendwo ist doch der Wasserstand zu verstellen, nämlich genau hier. Okay, damit können wir durch Atlantis laufen und ich muss nochmal überlegen, wie wir zu diesem Stern hier kommen. Dann müssen wir hier hin, da müssen wir hin, ja, aber wo ist das Transparent-Cappy? Ziemlich weit weg, nämlich hier. Sind wir schnell genug? Spielen wir es einfach. Das klappt doch, aber sowas von. Gut. Jetzt benötigen wir den Wandsprung und dazu müssen wir eben warten, bis das Cappy wieder an Kraft verloren hat. Ups, kein Neues holen. Gut. Wandsprung, Wandsprung. Hi. Hier ist vielleicht ja einfacher. Wandsprung. Wandsprung. Die Kameraperspektive ist ja alles andere als optimal. Oh, 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 oh. Wie soll ich das denn so packen, ehrlich? Okay, ich mache. Zack, zack. Geht auch so. Oh man, ich habe mit der Technik zu kämpfen. Das gibt es sogar nicht. Das hatte ich gar nicht so schwerwiegend fehlerhaften Erinnerungen. Aber trotzdem gelöst. Tja, es gibt keinen Weg drumherum. Ach, das Zeitlimit, ja. Das war die Mission. Jetzt suchen wir nach den 100 Münzen. Und natürlich, bevor wir nach Atlantis gehen, äh, gehen wir immer durch den Rest von dem Gedöns hier. Und da empfiehlt sich wie immer, von unten nach oben arbeiten. Das heißt, Wasserstand auf den tiefsten Brunnen. Wasserstand auf den tiefsten Punkt bringen. Und wir starten. Und mit diesen Blutten. Ich glaube, das ging ganz locker in dieser Welt. Da habe ich schon ein ganz anderer Kaliber gelöst. Mit euch. So. Und doch diese Gegner bringen. Münzchen. Da brauchst du gar nicht abbrauen da hinten. Dein Schicksal ist besiegelt. Er hat doch für einen guten Zweck sein Leben gelassen, oder? Für drei Münzen unseres Let's Plays hat er das Zeitliche gesegnet. Und dir wird dasselbe Schicksal erheilen. Blaue Münzen. Sehr gut. Wo kommt ihr? Und das sind noch ein Haufen. Halleluja. Geht gut ab. Dort drüben sind noch welche in diesem Block. Und zwar nicht zu knapp. Wie wir gesehen haben. Ach, locker, locker, locker. Easy. Jetzt lassen wir uns von ihm hinaufwerfen. Hoffentlich lässt uns der mal in Ruhe. Tatsächlich. Auch nur, weil der Akku gerade leer ist. Aber hier gibt es keine Münzen. Also komm her. Tu deine Arbeit. So. So. Na ja. Das war zu überwärmen. Egal. Toll. Hipp. Hier sind auch ein Haufen drin. Und auch dort oben. Das reicht doch allemal. Sowas von locker. Und wohlgemerkt, in Atlantis sind noch erheblich mehr Münzen. Das brauchen wir euch ja gar nicht. Ich mach das Wasser hoch. Man weiß nie. Aber den möchte ich mit euch noch erlegen. Der sieht aus wie Bomberman. Wirklich. Irgendwie. Und tschüss. Den werden wir auch wieder sehen im Fliegenpilz-Fiasko. Ist die 13. Welt, will mich nicht alles täuschen. Okay. Egal. Da müssen wir eher nicht lang. Dann würde ich sagen, ab zu Kanone und ab nach Atlantis. Inein. Gut. Und zwar genau hier. Guter Schuss. Sehr gut. Direkt ins Wasser. Im Gitter ins Wasser. Ohne eine Berührung. Vorher. Erst nachdem wir das Wasser berührt haben, haben wir die Wand kollidiert. Mit der Wand kollidiert. Ja. Ungeheuer von Loch Ness. Atlantis. Also. Viele Geheimnisse werden in Mario 64 gelöst. Indem die Experten lange rätseln. Gut. Jetzt frage ich mich natürlich, wo sind diese 8 roten Münzen? Empfiehlt es sich nicht eher, dass wenn man schwimmen kann, dass man die so locker einsammelt? Eigentlich schon. Ach so, okay. Okay. Wir summen jetzt erstmal den Stern ein. Das Problem an der Sache ist, dass die 8 roten Münzen, die meisten zumindest, in solchen Blöcken sind. Da ist zum Beispiel einer dieser Block, den ihr jetzt im Hintergrund seht, da ist eine rote Münze drin, dass man nicht einfach hinschwimmen kann, so wie ich eben vorhat. Sondern dass man wirklich hier spektakuläre Manöver hinlegen muss, um seinen Stern zu verdienen. Gut. So sei es. Das auch noch. Sehr interessant. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich schau mal, was das bewirkt. Und? Hm. Keine Ahnung. Okay. Da können wir nicht drauf laufen. Wir schauen uns erstmal hier um. Hier im Baum vielleicht was? Auch nicht. Leben kannst du stecken lassen. Na gut. Nein, doch nicht. Geh nach Hause. Ähm. Gut. Da scheint nichts weiter zu sein. Dann betreten wir mal die Stadtmitte. Ist da einer drin? Keine Ahnung. Werden eh noch oft genug vorbeigehen. Aber an diesen da vorne, da sind glaube ich definitiv noch welche drin. Na du, lass dich nicht denken. Wääh. Furchtbar. Furchtbar. Das gibt's auch gar nicht. Was mache ich hier eigentlich? Jetzt gucke ich erstmal hier. Verdammt. Gut. Endlich. Gut. Endlich. Dann sieht's eben. Im nächsten Part. Tschüss. Vielen Dank.